Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockter auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Figment. Das ist ein Action-Abenteuer-Game in einem surrealen Universum mit viel Musik, viel Humor und hoffentlich großartigem Abenteuer. Die Musik muss unglaublich schön sein, es ist schon fast gerade da der Kohlreis zu spielen, aber ihr müsst mich ja auch noch verstehen. Ähm, das Game ist im September 2020 rausgekommen und der Entwickler ist Bad Times Digital Games. So, da wollen wir mal anfangen, kommen wir mal zurück. Okay. Ich drücke eine benötige Taste. Weitermachen steht deshalb da, weil ich eben gerade schon mal angefangen habe, aber möchtest du, was, du hast die Datei bereits gespeichert, möchtest du das überschreiben oder noch mal von vorne? Ja, was denn jetzt? Ja, nein, wie jetzt? Äh, 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 doch, äh, wie Müll. Komm, lass mir doch auch Zeit, das mal ein bisschen zu verstehen hier. So, noch mal, bin die wie getastet, weil ich eben schon mal eine, ähm, eine, äh, ähm, schon mal angefangen hatte aufzunehmen, äh, dachte ich zumindest und hab die Aufnahmetaste vergessen zu klicken. Deswegen, äh, ist da schon mal eine kleine Welt erstellt worden, aber wir fangen von vorne an. So, da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Ah, Frieda Miles, isn't it great to be back in the creative part of the mind? Näh. Näh. Geez, cheer up, big guy. Okay, also, WASD ist laufen, linke Maustaste ist kloppen, Space ist hier. Yeah. Eine schwungvolle Rolle. So, dann wollen wir mal gucken, was hier... Ja, jetzt hab ich die Aufnahme gestartet, also das... Ist ja im Moment ganz schlimm. Okay. Hey, Visitor, wie delightfully it can be, it... Wunderbar unpassend. Who the heck was that? Let's find out. Okay. Gehen wir mal. Folge dem Pestalptraum. Alles klar, machen wir doch glatt. Was, 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 was? Oh, oh. Ah, und hier müssen wir mit interagieren, genau. Okay, und was passiert da jetzt? Da oben ist so eine Anzeige, was ist das? Wie lange soll man denn mitgehen? Huch, 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 huch. Was, was, was? Okay, dann können wir jetzt hier durch. Okay, 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 okay. Roter Batterieanschluss, Inventar öffnen mit Crew. Inventar schließen, Gegenstand verwenden. Halb geschmolzenes Eis. Okay, das können wir da nicht reintun. Bild aus Sammelalbum. Ja, dann behältst du es eben. Okay, dann müssen wir hier wieder drehen. Auch schön, ne? Wir haben die Bälle als, als, äh, ähm, Flügel, Anna. Mit Flügel. Okay, aber ich weiß nicht, wie lange wir hier drehen müssen. Doch, noch länger. Ja, nee, ich will da jetzt aber nicht länger drehen. Aua. Aua. Was? Wir sind gestorben? Ja, das ist ja auch alles. Ne, da will ich jetzt nicht dran drehen. So, macht man das. Okay, was ist das? Aufheben. Rote Batterie. Wette, 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 wette. In die Batterie aufheben. Okay. Da war doch eben ein roter Batterieanschluss da oben, oder? Dann lass uns mal zurückgehen. Vielleicht gehört die... Laufen ist ein bisschen blöd, finde ich. Roter Batterieanschluss, Inventar, öffnen. Äh, nee, gar nicht, ist so. Und dann verwenden. Haha, guck an. Hört das da rein? Ach, jetzt geht die... Die Lebelle dreht jetzt gerade durch. Okay. Ja, die Steuerung, was ich gerade sagen wollte, ist ein bisschen tricky. Ja, würde ich sagen. Weil es ist so ein bisschen seitenverkehrt. Okay, wo geht es jetzt weiter? Hier kommen wir nicht runter. Hier kommen wir nicht hin. Hier kommen wir nicht hin. Vielleicht nicht tatsächlich wieder zurück und... an der roten Batterie noch ein bisschen rumdrehen, oder so. Ich hab keinen Plan. Wenn die aufheben will ich das Ding nicht? Dann... ...drehen wir hier mal noch ein bisschen weiter. Keinen Plan. Keinen Plan. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Wartet mal, da ist da auch noch mal so ein Ding. Ah, was? Aber wir haben doch nur... ...noch eine grüne... ...halb geschmolzenes Eis... ...und halt eben ein Bild. Gut, dann nehmen wir das Ding aus der Backe wieder oben wieder raus. Nehme ich mal an, oder? Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, gut. Das ist ja dann wieder aufzudrehen. Gucken wir das jetzt eben hier unten rein. Gucken. Was? Nichts. Doch, hier. Gut, wessen Strom ist wieder da? Schön für dich. Das Ding hat eben nicht gespielt, ne? Aber, 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 aber... ...wenn ich will, dass die ihn jetzt wieder wegnehmen. Ergoss, mi blotti Power! Ähm... ...gut. Nö, grüne Batterie geht da nicht rein. Dann müssen wir wieder die... Nein! Nö, nö! Was macht ihr denn? Nein! So, rote Batterie. Oh, mein Power ist weg! Mein Power ist weg! Aber wir haben doch nur eine rote. Oder haben wir irgendwas verpasst auf dem Weg? Da habe ich nämlich überhaupt gar nicht drauf geachtet. Ne, ne? Hä? Ja, ja, ist ein bisschen tricky. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, hier, hier kommt man auch schon drehen dran. Oh, hier. Oh, hier kommt man auch schon drehen dran. Okay, wir haben uns jetzt eingesperrt. Ich weiß nicht, wie lange wir da dran drehen müssen. Äh, wir kommen da auch gar nicht wieder zurück. Wir kommen da einfach nicht durch. Aber was passiert denn, wenn wir hier dran drehen? Okay, da dreht sich das. Wartet mal, wenn wir das da hinten... Halt! Ne. Und dann die rote Batterie da rein. Die rote Batterie liegt unten bei dem Haus. Ne. Dann müssen wir die erstmal wieder zurückholen. Das ist schön an. Hört sich schön an. Ergost, mir bloß die Power! Fuck. So, wartet mal. Jetzt hier die... rote Batterie rein tun. Tagami, äh, Tagami, alles klar. Tagadie mal dein... Ah, guck mal an! Jetzt hab ich nicht lesen können. Okay. Äh, warte mal. Okay, dann lassen wir das mal so. Dann können wir nicht hier hinten anlaufen. Aha. Aua! Ach, kommt schon. Ihr seid, ihr seid gemein. Und tot sind wir schon wieder. Ja, so einfach ist das gar nicht. Okay. Oh. 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 Komm, du brauchst noch noch einen Schlag. Das sag ich doch. So, wartet mal. Sind das jetzt hier? Was? Leere Griff... Leere Griffbasis. Okay, aber wartet. Ich mach erst mal hier... ...die grüne Batterie hinein. Okay, jetzt pustet er da weg. Hier ist jetzt eine rote... ...äh, eine blaue Batterie. Okay, und wenn ich jetzt hier dran drehe... Es ist mir überhaupt nie aufgefallen, dass man da diese Dinger da dreht. Wenn man da dran dreht. Was zur Hölle? Ich dachte, ich habe die Angst vor den Däntesten ein langes Mal vorgebekommen. Ja, aber das nützt mir nix, weil die rote Batterie... ...haben wir jetzt nicht mehr im Inventar. Nee. Okay, wir können das schon mal... Was? Das nützige Ding ist stuck. Gib mir eine Weile! Ne? Ah, 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 okay, okay. Oh je, jetzt muss man erst wieder zurückkommen, ne? Los, 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 los! Nee. Hier. Dann packen wir da hin. Äh, so. Nee. No? Okay, dann drehen wir das jetzt mal. Alles klar. Gut. Ih! Mach du rückenschwimmen, oder was? Ja. Okay, da war ja nix, oder? Nö. Schönis. Ah, 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 ah. Entschuldigung, aber ich brauche diese Energiezelle. Oder aber auch Batterie genannt. Ey, das ist furchtbar. So, das lassen wir jetzt erstmal da drinnen. Wir brauchen irgendwie Bar, das mit einer hohen Batterie. Warte, 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 warte. Nee, 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 die soll auch erstmal stehen bleiben. Ja, wo mussten wir den jetzt hinschleppen? Müsst ihr das mal wechseln? Nee, hier hinten waren wir doch nicht. Oh, der? Nö, das ist der Anfang. Hier kam dieser komische, komische, ähm, Dingspunkt, Giftgalle, Speinde, irgendwas. Da haben wir die Batterie gerade geklaut. Okay. Bei dem Typ, der Strom braucht vielleicht. Hier war ich das. Das Problem ist halt eben, ne, was, das bringt uns ja nichts, ne, wenn ihm, bei ihm da wieder ein Licht aufgeht. Weil hier kommen wir ja gar nicht weiter. Okay, gut. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier oben noch machen können. Ne, da geht's nicht weiter. Okay, dann drehen wir das mal wieder. Das sieht alles voll tiefig aus, ne. Dann auch so liebevoll im Detail gemacht. Echt total schön. Ja, aber hier waren wir doch gerade eben schon. Und da haben wir ja auch die rote Batterie geholt. So, die rote Batterie, die muss hier hin. Was, 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 was? Nichts da unten zu dem Typ, wo der den Strom wieder hat. Sondern, da oben muss die hin, nehme ich mal an. Ne, die können wir nicht wegnehmen. Nein, die werde ich nicht wegnehmen. Äh, wo waren das jetzt? Ne, Quatsch, hier sind wir, sind wir ja wieder am Anfang. Hier, wo? Und hier, wo noch? Genau. Hier, wo? Ergoss, mi blotti Power! Ah, ah, ah. Gut, dann packen wir die jetzt mal hier rein. Dann kannst du mal da... Aua! Nee! Och, das ist ja fies. Aua! Geschafft? Ja. Aua! Drenched in sweat and with a scream You wake up from my game, a dream Your blood is piling, your headache split You lose your lunch and spilt, lag For you I have a gift Full of black death, rap nodes and green gills A pharmacy of bitter pills Drenched in sweat and with a scream You wake up from my game, a dream Your blood is piling, your headache split You lose your lunch and spilt, lag You lose your lunch and spilt, lag You lose something nasty, lag I'm the sickness, you can't No, 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 no That is no cure, you won't get Ah, boah, ist das gar nicht so eine schlechte Idee Warte jetzt mal Ja, nee Äh, nee Vielleicht mit dem Schwert zurückschlagen Da oben mit dem Haken Nee, das scheint nicht so eine gute Idee zu sein Aber Wie soll's denn dann gehen? Wie soll's denn dann gehen? Wie soll's denn dann gehen? Ich will mal überhaupt nicht, du bist derjenige, der hier andauernd rumschreit Wie soll's denn dann gehen? Das ist so eine gute Idee zu sein Oh, okay, 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 okay. Dann wissen wir jetzt wenigstens Bescheid. Ja, ich bin sehr hartnäckig. Ja, dann zeig. Zeig her. Muss auch treffen. Ja, komm mal auf. Okay. Oh. Der Tiefel. Er hat tiefer in fliegt. Wie tiefer findet die Pest? Äh, der war doch gerade noch hier. Wo ist er denn jetzt hin? Seil am Haken. Mal da wieder runter. Wir sind jetzt hier. Nee, hier. Was? Fischig aussehende Pflanze. Das ist eine strange Pflanze. Auch für Friedenmeier. Ja, okay. Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ja? Das vielleicht? Oh. Hm. Hahaha! Okay. Nehme ein, wir gehen hier rein. Ausgang zu den hellen Ebenen. Gebiet verlassen. Das ist eine smarte Apfel. Wissen Sie auf dem Lift-Off. Jeeze, aufhören Sie und steigen Sie die Siedbelte. Was ist denn da passiert hier? Trauma in der consciensten Geist. Die Nachtmärkte sind unbezündet. Sie haben unsere Lande ohne Regulierung. Wir schiefen nicht hinterher. Was ist das so? Oder ist die Demo durch? Ich weiß es nicht. Ja, die Demo ist durch, meine Lieben. Offensichtlich war das erste Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde das Spielprinzip eigentlich interessant, muss ich sagen. Es ist wunderbar, Bunt. Die Musik ist auch schön. Wo ehrlich gesagt, es ging ein bisschen zu kurz. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich könnte ein bisschen weiter zocken. Aber ein Ding ist leider nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich danke euch für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Ciao.